Gut, Boss, Runde 2. Also, mal sehen. Ich könnte es doch eigentlich sogar so machen. Nein, könnte ich nicht. Äh, Hand, geh weg. Ich spawne jetzt abwechselnd auf beiden Seiten. Das heißt, ich will eigentlich mal runter. Was total umständlich ist. Deswegen kann ich es auch so machen. Jetzt hat mich irgendwas Unsichtbares erwischt. Ach, es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben, den Ninja da oben zu platzieren. Autsch, äh, Problem. Hand, geh weg. Und ich sehe gerade den Timer. Ähm, fuck. Fuck, 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 fuck. Okay, ich muss einfach von der Seite weitermachen. Fuck, 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 fuck. Fuck, fuck, fuck. Und Sieg. Gut. Yay. Welches Ding verfolgt er? Was will er von mir? Äh. Hör mich, Ninja. Esch da. Bom, bom, bom. Ähm. Komm raus und kämpfe. Nee, komm raus und kämpfe. Oder das Mädchen kriegt es. Tu es nicht. Tu es nicht, Ryu. Sie werden dich töten. Zeig dich selbst. Oder bist du so ein Feigling? Ja, ha, 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 ha. Du Dämon. Iowen, ich werde dich retten. Wie genervt ihr eigentlich nur guckt, ne? Das finde ich auch krass. Oh mein Gott, Act 5. Ähm. Ist es normal, dass ich gerade bis zu Act 5 gespielt habe, ohne einmal auch nur aus Frust zu pausieren? Ah, ich glaube, ich hätte das nicht sagen dürfen. Ähm. Nein, das ist mir ohne Scheiß. Das wundert mich gerade. Äh. Ha. Ha. Ha, 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 ha. Ich hätte es nicht sagen dürfen. Ja, ich hätte es echt nicht sagen dürfen. Oh mein Gott. Mein Gott. Oh mein gosh. Oh mein gosh. Too much on the screen. Ja, Schurikenhagel. Schurikenhagel. So, Scheiß auf den Treffer. Ehrlich, Scheiß auf alles. Scheiß auf alles. Es geht runter. Ja, es geht runter. Oh was. Ah, ah, oh was. Oh was. Äh, aber, haha. Au. Ähm. Was ist das denn bitte für ein krasser Ort? Okay. Das war dumm Emero. Das sind die Originalvögel von der Farbe auf jeden Fall. Das heißt, jetzt geht es mit dem Spiel so abwärts. Ich sehe es kommen. Hä? Tot. Ja, super. Autsch. Letztes Leben. Juhu. Ah, ha, ha, ha. Ah, ha, ha. Ah, ha, ha. Nee, äh. Der Ort gefällt mir nicht. Der ist voll unschön. Macht auch keinen wirklichen Spaß. Aha, ha. Hepp. Hepp. Fuck. Fuck you. Mein Gott. Ah, ich wollte gerade fragen. Fehlt nicht noch eine Schriftrolle? Fehlt nicht noch ein Ding? Ähm. Wofür ist dieses Sprungloch? Für irgendwas? Keine Ahnung. Hauli. Ja, ich hatte Ninia. In den Arsch. Das war dumm. Von mir. Oh. Da, 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 da. Da, 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 da. Oh. Oh, was ist los? Episch Laufszene. Dum, 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 dum. Schneller, die Schneller, die Schneller. Nun, des Bösen sollen viel mehr regieren. Hm, 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 hm. Ah, ha, ha, ha. Ich kriege dich erst, ha. Also, die Einf... Ja, läuft. Komm, hau rein. Ryu. Oh, Episch Szene. Ich bin in der Arktis. Klingt logisch. Klingt total logisch. Nicht. Bam. Äh, wie komme ich hier bitte hin? Wie zur Hölle bin ich hier gelandet? Ich will's, glaub ich, gar nicht so genau wissen. Was sich Ryu da wieder für ihr Fahrten erlaubt hat. Äh, also... Äh, hä, dieses Rutschen. Das ist... Das wird tödlich. Nein. Nein, nicht nochmal. Nein. Hallo, Echsenheini. Hallo, Spinnenheini. Hallo, anderer Spinnenheini. Hallo, Linie, den ich nicht mehr brauche. Tschüss, Spinnenheini. So, lauf. Ah. Ah. Ah, ha, ha, ha. So unlustig. Nein, 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 nein. Ich hab keinen Punkt mehr. Runter, 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 runter. So. So, sehr schön. Da auch noch. Runter. Darunter, darunter, da hoch. So. Teilung irgendwo? Irgendwo ein bisschen Lebenskraft, das wär ganz nett. Ach halt, ich spiele Ninja Gaiden. Ninja Gaiden ist nicht nett. Nein, doch. Schriftrolle. Wooo. Baby. Ich rocke. Ich rocke so sehr. Rock die Show. Rock das Haus. Ich bin tot. Ich hab mich nicht gesehen. Ich bin in diesem Chaos komplett untergegangen. Pep, 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 pep. Und. Boom. Oh mein Gott. Wie er rockt. Seht das euch an. Wow. Wow. Wow, 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 wow. Was ist los hier? Verpiss dich. Junge. Gehst du mir auf den Sack. Danke. Bleib doch weg. Oh mein Gott. Warum taucht er nochmal auf? Tschüss Vogel. Was ist da drin? Flammenring will ich nicht. Oh. Wow, was ist da drin? Für einen Schatten. Ja, so einen Scheiß zu veranstalten. Ist doch auch dumm. So, hoch da. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Na klar, ich hole mir die Kugel. Mhm. Sicher. Ich riskiere jetzt gar nichts mehr. Au. Au, noch eine Katzin. Zeig dich, Eshta. Und zuletzt ist der idiotische kleine Ninja bereit zu kämpfen. Nimm das Mädchen. Was? Jetzt bekomme ich sie einfach? Riu. Wow, hat sie wieder einen krassen Text. I win. Ähm. Und nimm das. Oh, wir sind in dieselbe Fahne. Ah. Riu. I win. Ist sie tot? Ist sie bitte? Riu. Ja. Komm. Tu es. Genau. Blas mir ein. Oh mein Gott. Ähm. What the fuck sollte mir diese Animation in der Mitte sagen? Gahahaha. Sieh, wie das Schwert des Chaos zittert. Zittert. Oh mein Gott, da ist er wieder. Wow. Da ist er wieder. Womit erinnert mich eher an Duke Nukem, finde ich, so ein bisschen. Oh nein, sie haben I win bekommen. Und jetzt stirbt Duke. Ah. Nein. Geh weg, du Schwein. Um dich kümmere ich mich später. Ich hab die Stimmen verwechselt. Yay. Wawad, kümmere dich um I win. Der sieht wieder so genervt aus. Äschtar. Oh, jetzt kommt. Ähm. Also, beginnt dein innerer Power sich zu zeigen, hä? Aber du weißt, dass du mich nie mit einem Schwert berühren kannst, das so mit Wut gefüllt ist, Idiot. Oh, und jetzt blinkt sein Schwert. Genau. Ähm. Genug von deinem Spielen, Äschtar. Das ist zwischen dir und mir. Oh. Du wagst es, mit mir zu kämpfen, äh? Mit mir, Äschtar? Dummer Ninja. Ich werde dir zeigen, wie machtlos du wirklich bist. Dum, dum, dum. Fünf, drei. Wow, Äschtar. Hi. Was gibt er sich da? Oh, was. Habe ich gerade meine halbe Lebensleiste verloren? Nein, habe ich nicht. Okay. Ich dachte schon. So, fass mir zusammen. Er ist krass. Und ich verstehe sein Muster gerade noch nicht so ganz. So, so treffe ich ihn. Gut. Au. Okay, ich muss meine Schattenlinien also am besten irgendwie verteilen. Und ich bin tot. So, wo fange ich wieder an? Ist es gerade euer Ernst? Leck mich! Ich höre auf. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Leute. Bis dahin.